Islam-Info Endet dieses mit und wenn sie nicht gestorben sind. Denn es ist ja ganz klar ein Märchen. Alleine aus der Beschreibung im Koran heraus ist es ja rein logisch unmöglich, dass dieser Gott existieren kann. Jetzt gucken wir uns das mal an. Der Gott im Islam ist ja alleine. Also kann er nur das wissen, was sich auch auf ihn bezieht. Also nichts über andere Götter oder Wesen oder Einheiten oder Existenzen oder was immer. Aber die gibt es ja nicht, laut Koran. Die dürfen ja auch nicht angebetet werden. Das ist ja streng verboten, weil es sie ja nicht gibt. Naja, da haben die Autoren des Koran aber anscheinend doch gestürzt und wohl gemerkt, dass hier was im Argen liegt, da immer wieder betont wird, dass der Gott des Islam der Beste ist in allen möglichen Disziplinen. Was ja unmöglich ist, wenn es nur einen gibt. Dann wäre er gleichzeitig auch der Schlechteste. Und wenn ich es mir einfach mache, das Attribut allmächtig an sich macht ja die Existenz dieses Gottes bereits unmöglich. Es geht halt nicht, dass vor mir auf einem ebenen Blatt Papier ein euklidisches Dreieck mit einer Winkelsumme von 200 Grad erscheint. Es geht nicht. Ein Gott kann nicht eine Handlung vollziehen und gleichzeitig nichts tun, ist also abhängig von menschlicher Logik. Dazu kommt, dass im Islam der Gott speziell nicht allmächtig ist, weil er ja laut Koran keinen Sohn haben kann. Weil hier in Kapitel 6 steht ja, wie kann er einen Sohn haben. Also wenn Allah gewollt hätte, hätte er wählen können, das steht an anderer Stelle im Kapitel 39 und hier steht, nee, das geht nicht, weil er eben keine Gemahlin oder Gefährtin hat. Auch kann ein Gott nichts Unzerstörbares erschaffen oder gleichzeitig gerecht und barmherzig sein, was ja genau so behauptet wird, im Koran, dem Primärtext im Islam. Was bereits kontrovers ist, ist die Frage, ob dieses Buch des Islam, wo ja einige der Attribute zu finden sind, ebenfalls unerschaffen ist oder nicht. Das ist bei Muslimen nicht geklärt und da sind sie sich uneinig. Das heißt, dass wirklich nur wenige Elemente, so wie hier ein Gott des Islam, allen Muslimen gemeinsam ist und etwas, was alle Muslime gleichermaßen glauben oder glauben müssen, da gibt es sehr wenig. Wobei selbst der Kernpunkt bereits für Mord und Totschlag verantwortlich ist, da Muslime unter sich noch nicht einmal einig sind, was denn jetzt dieser Gott ist und was ihn ausmacht. Selbst der Begriff, der eigentlich alle Muslime einigen sollte, dieses Tauhid, also das Konzept eines einzigen Gottes, selbst dieser Begriff taucht nicht im Koran auf. Das Glaubensbekenntnis, die Schahada, die existiert in Variationen, weil sie so nicht im Koran steht. Da haben die Autoren schlichtweg gepatzt. Oder wenn Allah der Autor ist, dann hat dieser Allah versagt. Klar, denn so gut wie jeder Satz wird sowohl von Kritikern als auch von Anhängern, von Amateuren bis hin zu Gelehrten anders interpretiert. Das ist ein völliges Chaos. Und trotzdem bezeichnet sich der Gottes-Islam selber als der Anbetungswürdige, der Glorreiche, der Tollste, Beste, Schönste und so weiter und so weiter. So wie der vorhin bereits erwähnte himmlische Donald Trump. Oder doch eher wie Anton. Wobei Attribute wie der Erste, der Letzte oder das Licht mir seltsam bekannt vorkommen. Aus der Bibel, die ja auch von Menschen geschrieben wurde. Ich gehe jetzt mal auf diesen Islamgott und die Beziehung zu den Menschen ein. Weil es soll ja eine Beziehung geben. Nur ist diese leider sehr einseitig, weil es eben keine Interaktion gibt. Das muss man sich einbilden oder selbst einreden, selbst suggerieren oder als Halluzination wahrnehmen. Weil es gibt nichts, was irgendwie darauf hinweisen würde, dass dieser Gott tatsächlich in Kontakt mit einem Menschen ist. Obwohl, im Koran wird ja behauptet, dass der Islamgott völlig anders ist als Menschen. Trotzdem hat dieser Gott sehr menschliche Eigenschaften. Angefangen von Körperteilen, wie Hände, Augen, Schienbein, auf einem Thron, diesem Arsch sitzend und so weiter und so weiter. Aber auch menschliche Emotionen, wie Ärger, Wut, Stolz, Wohlwollen, Zorn, Glück, Rache und so weiter und so weiter. Was fehlt, ist Liebe oder Zuneigung zu seinen Geschöpfen. Andere Attribute wiederum sind einfach nur menschliche Fähigkeiten, wie Sehen, Wissen, Hören, Mächtig und so weiter, bei denen einfach ein All davor gesetzt wurde, um Allmächtig, Allwissend, Allhörend, Allsehen und so weiter zu bekommen, was der Gott über sich selber behauptet, um sich von normalen Menschen abzuheben. Eben der besagte himmlische Donald Trump. Wenn ich das mache, werde ich ausgelacht. Bei dem Gott im Islam kriegen es Muslime mit der Angst. Wie ist es mit den Behauptungen im Koran zu vereinbaren, dass der Gott, der in eben diesem Koran beschrieben wird, einen Menschen braucht, der mit allen Botschaften versehen anderen Menschen diese Botschaften vermitteln soll, wenn doch Menschen von vornherein damit ausgestattet werden könnten. Wozu also Propheten, die ja keine sind, oder Boten, wenn die doch nichts überbringen müssten? Wie kann es denn sein, dass einem Menschen ein fliegender Esel geschickt wird, der den Menschen erst zu einer Moschee zum Beten fliegt, die erst 100 Jahre später erbaut wird, und dann im Himmel mit diesem Menschen zu verhandeln, wie oft am Tag dieser Gott angebetet werden will, wobei die Einstiegszahl von 50 einem Menschen wenig Zeit für ein Leben lassen würde. Aber wie auf einem Basar wird diese Zahl dann nach und nach auf 5 runtergehandelt. 5 Gebete jeden Tag. Was ist das für ein Gott, der nur für den jeweiligen Moment denkt? Schließlich ist der Gott doch allwissend, oder sollte es sein? Und um diese Unzulänglichkeiten zu übertünchen oder zu verstecken, wird der Moslem, der sich Unterwerfende, einfach bedroht, um Angst zu erzeugen, um bloß nicht nachzufragen. Weil leider da auch sehr unschmeichelhafte Charaktereigenschaften bei diesen Attributen dabei sind, die einen zweifeln lassen, ob das jemals jemand über sich selber sagen würde. Selbst ein himmlischer Donald Trump. Der Unterwerfer, erobrige, erniedrige, demütige, abbrechende, verursachte, verzögerte, der vergeltete, erzeugerte Führer. Und auch so völlig blödsinnige, wie zum Beispiel der Erbende. Was soll ein Gott, der schon immer existiert hat, der nicht erschaffen oder geboren wurde, was soll der wohl erben? Und vor allem von wem? Oh weia. Naja, unlogisch und falsch sind auch Attribute wie barmherzig und verzeihend, die ja an anderer Stelle mit unbarmherzigen und grausamen Befehlen oder Aktionen im Widerspruch stehen. Ein grausames und despotisches Wissen. Und wie eben ein himmlischer Donald Trump. Also alles in allem ist das kein überzeugendes Bild, was da von diesem Gott gezeichnet wird. Was allerdings bezeichnend ist, in meinen Augen, ist die verblüffende Übereinstimmung mit dem Gott der Christen, der in enorm vielen Dingen kopiert wird, nur eben als Unitarier-Gott ohne Helfer, wie der Sündenbock Jesus oder der Vermittler als Geist. Da scheint damals wohl einiges an Neid geherrscht zu haben, was erst kopiert, dann später aber geändert wurde und der Gott des Islam dann zu einem Rekrutierungswerkzeug degradiert wurde, um Kämpfer für den jeweiligen Kalifen zu motivieren. Wie er der Gepriesene sowohl eine Bezeichnung für Jesus sein kann, auch wenn sie genauso im Koran zu finden ist und angeblich auf Mohammed verweisen soll. Das ist aber nicht richtig geklärt. Das heißt, sobald ein Mensch Logik, rationelles und kritisches Denken einsetzt, dann geht dieser Gott schnell dahin, wo er hingehört, ins Museum. Was ich abschließend noch schnell klären möchte. Soweit bekannt, hat der Gott im Islam keinen eigentlichen Namen. Überhaupt wird dieser Gott nicht erklärt. Wohl weil alle davon ausgegangen sind, dass dies ein allseits bekannter Gott ist. Wie zum Beispiel der Mondgott, früher genannt Hubal. Daher wird auch nur von einem Gott geredet, einem Allah, der eben Allah auf Arabisch von Allah oder Illa der Gott abgeleitet. Also etymologisch. Auch wird der Name von Mohammeds Vater als Abdullah angegeben, also Sklave Gottes, bevor der Islam existierte. Das Wort wird genauso in der christlichen Bibel als Gott verwendet. Also nichts Besonderes. Also wie man einem Blobfisch eher keinen Namen gibt und nur Blobfisch nennt. Im Koran bezeichnet sich dieser Gott ja wie erwähnt als der Beste diverser Tätigkeiten, was darauf schließen lässt, dass es zu dieser Zeit, als der Islam erfunden wurde, mehrere Götter im Koran existiert haben müssen. Und da werden ja auch fünf erwähnt. Naja, also der eigenen Aussage nach ist dieser Allah zufolge der König der Könige, der Gott der Götter oder König der Götter, aber auf jeden Fall der Beste, der Erschaffer, der Ränkeschmieder, der Planer, Helfer und vielen mehr. Der alles vergibt, so wie ja auch in der Bibel. Nur nicht die Anbetung der Konkurrenz, also anderer Götter, die es ja nicht gibt. Oder die Nichtbeachtung. Wenn man Allah nicht beachtet, dann gibt es da Strafe für. Da droht er Ungläubigen 106 Mal im Koran, wenn ich mich da nicht verzählt habe, mit dem ewigen Höllenfeuer. Denen, die nicht an das Höllenfeuer glauben. Naja, auch macht es wenig Sinn, mit ewiger Folter zu drohen, falls man andere Götter anbetet, wenn es doch nur den einen Gott geben soll. Also die Göttergestalt im Islam ist also weder definiert noch konsistent, andererseits aber voller Kontroversen und unlogischer Beschreibungen. Und da dies von elementarer Bedeutung ist und von elementarer Bedeutung sein sollte, naja, werde ich auf einige dieser Themen in den jeweiligen Videos eingehen. Bis bald und viel Spaß bei den Islam-Info-Videos. Ciao von au. Sous-titrage Société Radio-Canada Untertitelung des ZDF, 2020